Petronella Apfelmus traute ihren Augen nicht. Energisch nahm sie ihr goldenes Piratenfernrohr von ihrem linken Auge und polierte die Linse mit dem Zipfel ihres Ärmels. Tatsächlich? Da schlichen wahrhaftig fünf Gestalten durch ihren Garten und um die alte Mühle herum. Haben die bei diesem Wetter nichts Besseres zu tun? Der erste Herbststurm fegte über das Land, rüttelte an Türen und Fenstern, zauste die Blätter und fegte die ersten reifen Äpfel von den Bäumen. Verbissen versuchte Petronella, das Fernrohr ruhig zu halten, was bei diesem Sturm gar nicht so einfach war. Schon gar nicht, wenn man in einem schwankenden Apfel saß. Ungeduldig schnippte sie mit den Fingern und augenblicklich hatte das Schaukeln ein Ende. Denn Petronella Apfelmus war eine Hexe. Keine gewöhnliche Hexe, wie man sie in jedem Märchen oder in jeder Geisterbahn findet. Nein, Petronella Apfelmus war eine Baumhexe. Genauer gesagt, eine Apfelbaumhexe. Und wie es sich für eine Apfelbaumhexe gehört, lebte sie nicht in irgendeiner windschiefen Hütte oder einem angeknabberten Lebkuchenhaus, sondern ganz standesgemäß in einem Apfel. Ihr Apfelhaus hing hoch oben in einem prächtigen Apfelbaum, mitten in dem verwilderten Garten einer alten Mühle. Seit Petronella den letzten Müller vergrault hatte, stand die alte Mühle still und das dazugehörige Müllerhaus leer. Aber jetzt sind da plötzlich diese fünf Menschen. Drei große und zwei kleine. Lucius, Lucius, wo steckst du? Na, na, wo brennst du denn? Verschlafen schob sich ein Hirschkäfer in Petronellas gute Stube. Da sind Menschen vor dem Müllerhaus. Was? Den Mann im dunklen Anzug habe ich schon einmal gesehen. Damals, als Giesbert Mühlstein die Mühle verlassen hat, hat er ihm seinen Schlüssel gegeben. Jetzt schloss der Anzugmann mit einer großen Geste die Haustür zur Mühle auf und bat die anderen hinein. Das sind Kinder. Es scheint sich um eine Familie zu handeln. Mir egal. Zwei Minuten später flog die Haustür wieder auf und die Frau stürmte hinaus. Ihr Mann und die beiden Kinder folgten mit hastigen Schritten. Ganz zuletzt verließ der Mann im dunklen Anzug das Müllerhaus. Er schloss sorgfältig ab und ging der Familie nahe. Mit einem Stirnrunzeln nahm Petronella das Fernruf von ihrem Auge. Langsam fing sie an, sich wirklich Sorgen zu machen. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sie ins Müllerhaus einziehen. Du weißt doch, in welchem erbärmlichen Zustand das Müllerhaus ist. Wer würde dort schon freiwillig einziehen? Vermutlich hast du recht. Trotzdem sollten wir uns das Haus noch einmal genauer ansehen. Komm! Entschlossen stand Petronella auf. Ohne Lucius' Antwort abzuwarten, legte sie sich ihren grünen Umhang um, zog ihren schwarzen Hexenut über beide Ohren, trat aus der Haustür und setzte sich vergnügt auf den Rücken des Hirschkäfers. Flieg los, mein Guter! Lucius startete sein tiefstes Käfergebrumm, nahm kurz Anlauf und stürzte sich dann in die Tiefe, bevor er Kurs auf das Müllerhaus nahm. Nie und nimmer würde Petronella tatenlos zusehen, wie sich Menschen in der Mühle breitmachten. Menschen wie Gisbert Mühlstein und seine Frau. Menschen, die die alten Apfelbäume roden wollten, nur um einen freien Blick ins Tal zu bekommen. Kurz, Menschen, die ihre Gärten in seelenlose Schönheiten verwandelten. Hast du genug gesehen? Ja! Und es ist schlimmer, als ich geglaubt habe. Das Dach ist dicht! Ich fürchte, ich muss Gurkenhut und seine Männer um Hilfe bitten. Bringst du mich hin? Lucius nickte und nahm Kurs auf einen Apfelbaum, der am äußersten Ende des Gartens stand. Gurkenhut war der älteste der Apfelmännchen. Er lebte, wie nicht anders zu erwarten, unter den Wurzeln eines mächtigen Apfelbaums. Und war, genau wie die anderen seiner Art, für die Hege und Pflege der Bäume zuständig. So! Petronella rutschte umständlich von Lucius' Rücken und klopfte an eine kleine Tür, die hinter einer mächtigen Baumwurzel verborgen lag. Es dauerte eine Weile. Dann wurde die Tür von einem kleinen braunen Männlein geöffnet, das wie ein dünnes Stöckchen mit Armen und Beinen aussah. Guten Abend, Gurkenhut. Ich hoffe, ich störe dich nicht bei einer wichtigen Arbeit. Überhaupt nicht. Ich freue mich, dass du mich bei solch einem Wetter besuchen kommst. Es ist genau die richtige Stimmung, um einander ein paar Schauergeschichten zu erzählen. Und die, die ich dir heute erzählen will, ist schauriger als alle, die ich dir bisher erzählt habe. Gurkenhut ließ sich behaglich in seinen Sessel plumpsen. Erzähl! Es waren heute Menschen in der Mühle. Ist das alles? Ja! Verflixt nochmal! Das ist alles! Verstehst du nicht, was das bedeutet? Giesbert Mühlstein will das Haus vermieten! Ich darf das nicht zulassen! Und du und deine Männer? Ihr müsst mir dabei helfen, sie zu vertreiben! Ihr könnt das Haus in kürzester Zeit krank machen! Gurkenhut kratzte sich am Kopf. Du hast recht, das können wir. Aber es ist gegen unsere Natur. Trotzdem verspreche ich dir, dass du auf uns zählen kannst, wenn es sein muss. Ich werde Karottenwamms, Spargelzahn und den anderen von deiner Bitte berichten. Petronella lächelte zufrieden, stand auf und ging zur Tür. Gurkenhut begleitete sie. Ich glaube, du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Schließlich sind die Menschen weggerannt. Höchst unwahrscheinlich, dass sie wiederkommen, um im Müllerhaus einzuziehen. Aber da hatte sich Gurkenhut gründlich geirrt. Ein paar Tage später, als sich der Sturm verzogen und jede Menge Äpfel vom Baum gepustet hatte, stieg Petronella in den Garten hinab. Sie benutzte dafür eine eigens angefertigte, magische Strickreiter, die sie mit jeder Sprosse, die sie hinunterkletterte, größer werden ließ. Unten angekommen, stand sie in normaler Hexengröße da. Tief atmete sie den speziellen Duft nach feuchtem Gras und reifem Obst ein. Sie liebte den Garten, den sie dem Müller abgerungen hatte. In einem kleinen, runden Wohnwagen, der versteckt hinter hohen Brombehecken stand, bewahrte Petronella ihre Gartengeräte auf. Heute wollte sie das Fallobst, das der Sturm heruntergepustet hatte, zusammenhaken. Petronella hatte gerade mit der Arbeit begonnen, als sie ein Geräusch hörte, das sie herumfahren ließ. Motorenberuf. Beim mächtigen Donnermann! Ein Möbelwagen rollte auf den Hof und hielt schnaufend vor dem Müllerhaus. Die Türen öffneten sich und Menschen stiegen aus. Zwei große und zwei kleine. Die Familie! Ich hab's gewusst! Und jetzt? Aufgeregt versteckte Petronella sich hinter dem dicken Stamm eines Apfelbaums. Die ersten Worte, die sie dann vernahm, bestätigten all ihre Befürchtungen. Das Haus liegt am Arsch der Heide. Ich will hier nicht wohnen. Nun komm schon, Louis. Ich dachte, die Sache wär geklärt. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Das ist das neue Zuhause der Familie Kuchenbrandt. Petronella hatte genug gehört. Hastig kletterte sie die magische Strickleiter hinauf und zog sie nach oben. Lutius! Lutius! Etwas Schreckliches ist geschehen! Die Familie zieht ins Müllerhaus! Machst du Witze? Danach ist mir nicht zumute! Ich muss eine Möglichkeit finden, sie schnell wieder zu vertreiben. Lea und Louis Kuchenbrandt waren Zwillinge. Eigentlich hätte es heißen müssen, Louis und Lea. Denn Louis war zwei Stunden älter als seine Schwester und deshalb auch meistens der Bestimmer, wenn sie einmal verschiedener Meinung waren. Heute waren sie sich jedoch schon beim Frühstück einig gewesen. Dieser Tag ist so schön wie ein Besuch beim Zahnarzt. Stimmt. Heute ziehen wir ins Müllerhaus. Das Haus lag vor den Toren der Stadt und war genauso, wie sie es nach ihrem ersten Besuch in Erinnerung hatten. Klein, muffig und es zog durch alle Ritzen. Lea hatte sich gerade ein Zimmer ausgesucht, in das sie einziehen wollte, als sie die Spinnen entdeckte. Sie weigerte sich so lange und so beharrlich, ihr Zimmer zu betreten, bis sie bei ihrem Bruder schlafen durfte. Insgeheim war Louis ganz froh, die ersten Nächte nicht allein schlafen zu müssen, denn das Haus machte manchmal so komische Geräusche. Die Umgebung rundherum gefiel ihm auch nicht besonders. Hier gab es nur eine alte Mühle, einen schwarzen Teich und einen wilden Garten. Aber der sah genauso aus, wie sie sich einen Garten für Kobolde und Feen vorstellten. Außerdem gab es hier Äpfel und Beeren in Hülle und Fülle. Die Brombeeren schmecken gut. Probier mal. Ob der Garten jetzt uns gehört? Keine Ahnung. Da musst du Mama fragen. Mama, Mama! Wow, sind das viele Apfelbäume. Und jeder hat an seinem Stamm ein kleines Messingschild. Habt ihr das schon gesehen? Nein, tatsächlich. An jedem Stamm war ein kleines Schild befestigt, auf dem seine Apfelsorte eingraviert war. Die Bäume hatten so lustigen Namen wie Herbstprinz, Berliner Schafsnase und Rote Winterrenette. Da hat sich aber jemand viel Mühe gemacht. Aus den Äpfeln kannst du sicher viele Tonnen Apfelmus machen. Oder Apfel-Marmelade, Apfel-Saft, Apfel-Kuchen, Apfel-Kompass, Apfel-Bankupen. Hört auf! Wenn ich in meinem Leben nichts anderes mehr vorhabe, sicher. So, und jetzt kommt ins Haus. Wir wollen Abendbrot essen. Grimmig ließ Petronella in ihrem Apfelhäuschen ihr Fernrohr sinken. Sie hatte genug gehört und gesehen. Höchste Zeit, dass sie sich etwas einfallen ließ. Schattenspiele In der nächsten Woche ließ Petronella die Familie noch in Ruhe. Sie hatte genügend damit zu tun, deren Tagesablauf auszuspionieren. Das war wichtig, um nicht irgendwann entdeckt zu werden. Die Eltern sind kein Problem. Die Mutter arbeitete tagsüber in einem Bistro und der Vater lag meistens bis mittags im Bett. Erst kurz bevor die Kinder aus der Schule kamen, stand er auf und schlurfte in die Küche, um das Essen vorzubereiten. Die größte Gefahr sind die Kinder. So viel steht fest. Sobald sie aus der Schule kamen, stromerten sie um die Mühle und den Garten herum. Die Kinder sind neugierig wie junge Frettchen. Den Wohnwagen haben sie bereits entdeckt und jetzt fangen sie auch noch an, auf die Bäume zu klettern. Die Gefahr, eines Tages gesehen zu werden, war einfach zu groß. Deshalb schickte Petronella noch am selben Abend Lucius zu ihren Schwestern in den Osten. Die drei waren von Beruf Wetterhexen. Und Petronella bestellte bei ihnen für den Abend ein richtig saftiges Gewitter mit Sturm, Blitz und jeder Menge Donner. Zur selben Zeit saß Familie Kuchenbrand im Müllerhaus beim Abendbrot und ahnte nichts von den dunklen Wolken, die sich über ihren Köpfen zusammenbrauten. Der Garten ist viel besser, als ich gedacht hab. Man kann ja super auf den Bäumen klettern. Und wir haben im Garten einen Wohnwagen entdeckt. Einen Wohnwagen? Und wohnt da jemand? Ja, da wohnt der Grüffelo. Nein, da wohnt niemand. Aber es sind jede Menge Gartengeräte drin. Und ein Tisch und ein Stuhl stehen auch davor. Und jemand hat die heruntergefallenen Äpfel zusammengehakt. Seltsam. Das klingt ja, als ob sich noch immer jemand um den Garten kümmern würde. Währenddessen wartete Petronella ungeduldig auf Lucius' Rückkehr. Dann endlich kündigte ein tiefes Brummen sein Kommen an. Und? Hast du meine Schwestern getroffen? Ja, sie lassen schön grüßen und richten dir aus, das mit dem Gewitter um Mitternacht geht klar. Sie haben gefragt, ob auch Nebel dabei sein soll. Ich hab ihn gleich mitbestellt. Das hast du gut gemacht, Lucius. Wir ziehen heute Nacht alle Register. Vielleicht könntest du dich ebenfalls bereithalten. Im Müllerhaus war es inzwischen still geworden. Und außer Petronella hörte niemand das Gewitter, das schnell über das Land heranzog und in seinem Gepäck Hagel, Blitz und dichten Nebel mitbrachte. Die kleine Hexe rieb sich die Hände. Es ist soweit, Lucius. In wenigen Minuten kann das Spektakel beginnen. Heute Abend benutzte sie nicht die magische Strickleiter, denn Petronella wollte nicht entdeckt werden. Umständlich kletterte sie auf Lucius' Rücken und flog mit ihm zu der großen Weide, die vor dem Zimmer der Kinderstadt. Hier konnten sie direkt in ihr Fenster blicken. Schau nur, wie friedlich Sie schlafen. Puh, wären sie nicht hier eingezogen, könnte ich auch friedlich schlafen.